dann bewegen wir uns mal wie gesittete menschen zu unserem appartement nein eher zu unserem zimmer dieser hohen sohn verdammter melotjob also gut damien vielleicht hast du ja etwas übersehen genau da mist was ist hey ich bin du hast mich her bestellt mir platz bald der schädel ja okay komm her sie dir das an wer ist sie weiß nicht die datei ist kaputt hast du nie idee wie ich es abspielen kann da ist nichts zu machen du brauchst das original ich lasse eine suche über den ctus zugang laufen genau deswegen wollte ich mit dir sprechen ich glaube nämlich nicht dass er davon weiß damit hätte er geprahlt ich kenne ihn wer hätte geprahlt vielleicht eine spur oder nicht ich muss ihm einen schritt voraus sein hast du ärger eine ip-adresse ja die habe ich von ihm kannst du die quelle checken was soll das alles hier aden antworte ich tue nichts bist du er hat sie entführt klarer er 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 benutzt meine schwester als sicherheit oh mein gott der den wir suchen der damien brings ich kann nichts tun ich ich werde jetzt gehen wir reden später gut wenn du fertig bist komm her was ist denn los ich hab es ich hab es ich hab es ich hab es Okay, die sollen wohl beschützen. Wo ist dein Auto? Hier lang! Da drüben! Ja, da drüben! Au! Wo ist dein Auto? Hier lang! Da drüben! Der Baton! Na! Nicht schon wieder. Okay, wir müssen da schnell um die Ecke, damit wir dem erstmal aus dem Sichtfeld kommen. Wo ist dein Auto? Hier lang! Da drüben! Der Balkon! Aiden! Das muss ich machen! Der Hotel-Schild! Das Spiel ist aufgeholt! Mal am Boden! Wir werden verschaffen! Los im Deckung! Los im Deckung! Im Deckung bleiben. Wir haben euch gehört! Sind da! Ich bin hier schnell im Tod! Ich war in der Mitte! Du bist tot! Hörst du mich? Ich bin hier! Warte! Keiner kommt frei! Ich bin hier! 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 Los! Tabernak de Kalis, los die! Ich hab ne Möglichkeit! Alles klar! Reiß dich zusammen! Wir sind in der Nähe! Warte noch! Ich sitz hier fest! Der Werkung ist da! Der Strom ist weg! Achtung! Die Straße! Die Kameras werden mir helfen. Ja, mit dem Stromausfall. Genau. Was ist sie da? Ach! Wir kommen in der Verstärkung! Die kommen von vorne! Hör einfach raus! Hör einfach raus! Drück im Fuß! Jemand kann dich echt nicht leiden! Los! Hilfe! Wir haben Verletzte! Los! Nein! Scheiße! Wir kriegen was ab! Wir kriegen was ab! Du kannst es nicht alle umlegen! Geb auf! Nein! Nicht jetzt! Wo ist dein Auto? Hier lang! Auch nicht der ganze Sport, wenn wir von vorne... Da drüben! Der Balkon! Haben wir noch Focus Boost? Das Motel-Schild! Fuck man! Boah! Sie stecken rein! Machen nur weiter! Ich brauch nur ein... Wir haben euch gehört! Sie sind da! Nichts! Ist ja wohl klar wie das hier ausgeht wird! Die Kameras höhen wir mal... Ich mach das! Los! Ja, wo sollen die denn sein? 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 Ja, wenn sie von vorn kommen, das ist äh... Du kommst hier nicht mehr weg! Ja, wo sollen die denn sein? 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 Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns dann verstecken und aufpassen, dass wir die gleich dort mit dem Ding da weg sprengen können. Wo ist dein Auto? Hier lang! Da drüben! Aiden, das Hotelschild! Was? Wie das? Wie das? Ich versteh's nicht! Wo ist dein Auto? Wo ist dein Auto? Hier lang! Da drüben! Der Balkon! Hey, du Arsch! Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten abgehend! Aiden! Das Hotelschild! Ich hab die Möglichkeit! Oh! 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 Oh nein! Achtung! Oh ne, Händel! Ach so! Den da! Wir brauchen Hilfe! Jetzt oder nie! Warmer, was ist das? Los! Das sind zu viele! Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Los! Wir haben euch gehört, sind da! Achtung, die Straße! Hey, hört zu! Oh Gott! Verstärkung ist da! Sie kommen von vorne! Okay, also ich glaube, das sind... Clara, los! Ries! Okay, jetzt snipe und die auch noch rum! Okay, jetzt snipe ich! Ich verheute ihn! Ich bin nicht passiert! Du hast es geschafft! Nein! 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 Der Auftrag wurde gerade interessant. So, diesmal kriegen wir es hin. Nur noch einer. Oh nein. Oh nein. Scheißdreck! Sie sind alle tot! Schnell, schnell, schnell weg! Äh, äh, äh. Ey, der weiß jetzt, wo wir sind, aber er kommt trotzdem nicht. Na komm, Clara. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Was wollen die denn? Wer sind die? Verstärkung ist da! Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig, ich bringe uns raus! Ja, die wird, die sollte mir doch eigentlich folgen, oder? Oh! Okay, die... Clara, die folgt uns langsam. Da hat sich was bewegt! Versteckt vielleicht! Ich weiß, du bist da irgendwo! Du bist tot! Hör zum Weg! Hör zum Weg! Aiden! Lass auf mich! Ja, dazu müsste sie mal ein bisschen schneller zu mir kommen wohl. Wir sind so nah dran, und die trädelt so rum! Wo ist sie eigentlich? Ich... Da oben ist er! Aber wie kommen wir da runter? Er bewegt sich! Ich bin so nah dran, und die trädelt so rum! Ah! Oh! Achtung! Das ist doch scheiße! Oh, 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 oh. Ah, los, jetzt! Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir da runter springen, deswegen machen wir es mal wie normale Menschen und rennen einfach mal dahin. Rein ins Auto! Ich erledige das hier! Die stellen uns eine Pfeil! Ach, habe ich schon erwähnt, es gibt eine Verfolgung, sie hakt. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt, oder? Also, die haben mich momentan nicht in Sicht und ein Auto haben sie auch nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich leicht, denen zu entkommen. Boom! Au! Ja, du tust ihn ja fast aus und da reicht okay. Hey! Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay! Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier! Wir haben einen Skillpunkt erhalten. Wie viel haben wir? Drei! Verbesserter Fokus, das wäre schon mal nicht schlecht. So, war weiter. Ja, ja, erst mal Wegpunkt setzen. Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Aul Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Klaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin... Genießen! Denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Ey meine Süße, dein Bruder will reden. Aiden? Dax? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es wird kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich hab Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne den hier. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas nützliches. Tata. Ah, etwas nützliches. Sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis will. Dann einmal über den Gehweg abkürzen, dabei noch ein paar Latan mitnehmen, wie immer. Und das mal überall reinfahren, wo es reinzufahren geht. Mit einem Fuß im Grab. So Freunde, aber an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Daumen hoch oder Abo. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.